All diese Unterstützung bei allen Spielen, nicht nur einem Spieler, aber auch auswärts. Sie waren immer da und es hat geholfen. Und zusammen haben wir das gemacht, diese Saison. Vielen Dank. Liebe Bayern, ich weiß nicht, ob das, was Lui hier im Sakko stecken hat, die Tulpe aus Amsterdam ist. Ich hoffe, er sagt es uns selber. Unser Chefcoach, Lui van Gaal! Sie sind unglaublich. Ich dachte, dass ich heute Morgen tot war. Aber Sie sind die Klarionen! Unglaublich! Wir leben wieder! Und unsere Fans, die beste Fans der Welt. Ach, eine Niederlage! Ach, eine Niederlage! Noch so viele Leute, wo ich enthäuscht. Sie waren mentaal stärker als ich. Lui, Lui, Lui! Lui, Lui, Lui! Lui, Lui, Lui! Und in diesen Spielen können wir das Vilaag schaffen! Oh, Vitaille! Oh, Vitaille! Oh, Vitaille! Oh, Vitaille!